Ich mache jetzt drei Ableitungen mit dem Logarithmus a, b, c und danach soll es klar sein. Also wer es anschaut, am besten Pause drücken, selber versuchen und dann die Lösung anschauen. Bei der ersten, das ist eine Kettenregel. Außen ist der ln, innen ist Quadrat. Was man weiß, y ist lnx, dann ist y' gleich 1 durch x. Das ist so eine Merkregel. Das ist einfach immer so gut. Also f' von x, außen ableiten, ist ja 1 durch. Und dann das innere x² stehen lassen. Also x², so, das ist das grüne, stehen lassen und jetzt nachdifferenzieren. x² ableiten ist 2x. Gut, das lässt sich jetzt ein bisschen verhübschen. So, das ist also 2x durch x² und damit 2 durch x. Das ist die Ableitung. Gut, nächstes. Jetzt habe ich es andersrum. Jetzt ist die Außenfunktion dieses Quadrat und die Innenfunktion der ln. Das heißt, erst die Außenfunktion f' von x gleich 2 mal hoch 1, den lnx stehen lassen. Kettenregel. Und jetzt mal 1 durch x. Da kann man jetzt hier dieses hoch 1, kann man jetzt noch weglassen und vielleicht auch die Klammer. Aber das war es dann schon. Ja, also f' von x gleich... Ah ja, man kann so 2 lnx durch x. So ist es schon ein bisschen schöner. Gut, nächstes. Die finde ich jetzt so ein bisschen fast schon... Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ach, die ist so, da muss ich mal ein bisschen Platz schaffen. So, also ln von 3 durch xy ist gleich. Ich kann das nämlich schreiben als... Das gibt so Logarithmusgesetze. Ja, y ist ln3 minus lnx. Ausdividiert wird Minus. Ist halt so beim Logarithmus. Oder ich schreibe das als y ist ln von 3 mal x hoch minus 1. Weil da kann ich jetzt die Kettenregel anwenden. Es ist... Ich glaube, das Erste ist eleganter, das Zweite geht aber auch. Also beim Ersten, wenn ich jetzt hier ableite, ln3 ist die Zahl, wie 17, abgeleitet, fällt weg. Und lnx gibt... Also der Minus bleibt stehen, 1 durch x, fertig. Ja, ist schon schön. Gut, und hier, außen, innen... Hopp, da bin ich. Also, y ist gleich 1 durch und jetzt das Innere einfach stehen lassen. So, 3 mal x hoch minus 1. Und jetzt das Innere nachdifferenzieren. Wenn ich sowas habe, 3 mal x hoch minus 1 ableite, dann kriege ich 3 mal, der Minus nach vorne, Minus 1 mal x, Minus 1 zum 1 kleiner, x hoch minus 2. Das heißt, also hier steht jetzt, also minus 3 mal x hoch minus 2. Und die Schwierigkeit ist jetzt der Doppelbruch. Also ein x hoch minus 2 gibt x Quadrat hier unten, x hoch minus 1 gibt x hoch 1 hier oben und so, y ist gleich. Also unten, der 3er bleibt unten und oben ein minus 3 und das x hoch minus 1 wird zu x hoch 1 oben und x hoch minus 2 wird zu x hoch 2 unten. Und jetzt kürzt sich jede Menge raus, die 3er kürzen sich raus, ein x kürzt sich raus. Ui, es bleibt übrig. Minus 1 durch x, also genau das gleiche. Ja, Gott sei Dank.